so leute willkommen zu meinem neuesten video wir probieren heute auch der voll heiß heute wir probieren heute die neuen sorten von gönnergy einmal den eis geschmack und den kaktus geschmack die sind ja da habe ich noch schokolade aber die sind ja hier neue leute sind vor ein paar wochen rausgekommen und wir probieren mal mit dem kaktus geschmack schmeckt er hat voll abgeschmack und riech mal ok werde ich sehr geil da fehlt zucker auf jeden fall ist es nicht zucker ach so willst du auch probieren nehmen wir auch mal hier gell die sind unterschrift von montana black noch also okay irgendwo hier die findet man ja nicht der macht es weg nach einer nach heimzeit der schmeckt schon aber da fehlt auf jeden fall ja kann man machen aber ne zucker fehlt da oder irgendwie probieren wir jetzt den bumbum geschmack so ektik eis ich mach mal den jetzt und ok diesen geruch kennt man schon der eis vom 1 zu 1 und schmeckt auch so aber da fehlt erhält auch zucker mhm wieso ok komm mal her genau der gar warte du stinkt jetzt wegen wegen seinem mund aber egal wohl nicht wohl doch nach dir stinkt das ja leute lass Punkte geben den würde ich schon 8 von 10 geben und den würde ich 5 von 10 besser gestellt ja 5 von 10 aber geht so schmeckt schon gut der schmeckt auch auf jeden fall besser ja ich habe dafür für den einzelnen 1 euro 59 cent bezahlt 1 euro 59 cent bezahlt für die also 1,60 mit fan 25 cent plus ja können wir ja ausrechnen hier ja den grünen würde ich weiter empfehlen den bonbon geschmack weiß ich nicht ob ich den weiter empfehlen soll weiß nicht irgendwie ja 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 bisschen aber irgendwie nicht ja aber ihr könnt mal probieren also jeder hat ja seinen eigenen geschmack andere geschmack machen ja ja leute das war's mit unseren kurzen gunergy test video ich hoffe es hat euch gefallen wir testen ja jeden sort von gunergy gunergy kommt raus und wir sind wieder am testen gell man sieht montana black endlich mal die videos hier aber naja ja ich hoffe jetzt sieht er hoffe ich mal ja auf jeden fall leute wir sehen uns bei einem nächsten video oder bei einem nächsten vlog video teilt gerne das video mit montana black markiert ihn unter video beschreibung oder schickt ihn auf instagram rüber ja leute pass auf euch auf ciao ciao hus hus tschüss tschüss